jo leute was geht es sich mit der devil of tanks willkommen zu einer weiteren runde wirklich gutes match replay und am start ist heute der t30 den hatten wir ja schon ewigkeit nicht mehr mit denen hatte ich auch ein paar replays glaube ich gehabt auf jeden fall ist der panzer legend und der und ja ich spiele hier im zug man muss ja ganz schön tun eigentlich in derzeit sehr viel weil wir eigentlich ja einfach nur unsere panzer so gut wie möglich beherrschen können wollen können und ja auf jeden fall ist ein konkurren unterwegs ich bin meinem t30 am start und wir bewegen uns mit ein paar verstärkungsmitgliedern ja ich gerade gucke gerade nach hinten wer hinter uns ist also ist drei und so weiter die uns unterstützen werden ja am anfang werde ich wohl etwas ungenau sein weil ich denke mir shit 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 werde ich nichts treffen naja ich sehe ich fahre auf einmal und werde gespottet von irgendeiner scout wahrscheinlich und ich fahre ich denke mir bitte 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 nicht treffen ach ich kann da in dieser zwischenzeit eigentlich schon mal richtig schmerzen zufügen zum glück hat niemand auf mich geschossen und ich habe glück gehabt mein kumpel fährt schon sehr weit vor ich so ne ne bleib mal ruhig digga ne weil das bisschen zu aggressiv ich wollte auf den superperschen schießen aber ja ich war zu langsam so dann habe ich gesagt lasst mal platz ich gehe mal vor weil ich habe ja turmpanzerung er hat sie natürlich auch aber 50 50 chance panzerung hatte und ich habe halt schon richtige panzerung nur halt der turm oberkante also nur der nippel ist halt ein bisschen schwächer genau also ich versuche meinen ersten gegner auszuziehen ich schieße beim conqueror in die untere wande ich habe ihm glaube ich in nahe der kette getroffen also der damage ging nicht durch hat mich sehr gewundert denke ich mir so alles klar mach mal in zwischenzeit tank mal erstmal ein paar schüsse lange wird es nicht dauern bis hier auf meine nippel schießen werden und ich versuche gerade hier ein bisschen zu wackeln und so zack conqueror schießt mir erst ein damage in den nippel wie so okay jetzt bin ich nicht so zufrieden ich versuche den nächsten ziel auszuschießen zweiter schuss geht flirten in die erde frage ich mich wie das gehen konnte hat aber irgendwie geklappt wie wissen noch alle da alles gut ich denke bisschen ich habe jetzt eine idee gehabt wie ich an also die leute denke natürlich kassier ich noch ein bisschen mein kollege macht schon mal ersten der mensch jetzt bin ich auch zufrieden und will auch mein erstes der mensch machen habe vergessen dass der conqueror eigentlich nicht so stark gepanzert ist weil ich habe zu viel durchschlag und ja ich ist ihm gleich in den turm rein also in die maske da wo er am schwächsten ist und ja erster damage 761 war ganz gut jetzt haben wir natürlich aber noch sehr viele gegner hier vor uns super passion ist nach unten und ich gucke hier wie ich kämpfen kann ist drei sagt genau in die spitze getroffen hat da auch bisschen angst bekommen aber ihr seht ich denke hier und jetzt kommt gleich so ein trick den ich ihr vielleicht auch anwenden könnte im moment werde ich gleich noch mal kassieren aber ihr werdet gleich sehen was ich meine was ich dann machen werde sagt ich denke noch mal das wunderbar ist ziel auf den is 3 nein doch nicht ich weiß nicht da ist drei vertraut tschüss hast du wohl nicht geschafft kollege der nächste ist drei kommt zack ich kassiere damage leider und die ist drei wunderbar ich gucke aha da trifft mich da irgendwie ganz komisch der kollege will abhauen leider gelingt es ihm auch weil ich ja noch nachlade und ich denke mir kommt nicht hoch er kommt auch nicht hoch wunderbar aber ein gegner weniger zu bekämpfen so ich versuche den konkurren natürlich auszuziehen schießt ihm in die maske 624 damage und schauen was ich jetzt mache ich mache jetzt ich wackele so mit dem turm seht ihr damit er tankt weil so kommt bei mir keiner durch und ihr seht er hat auch nicht mal getroffen und das ist eigentlich eine gute taktik wenn er so mit dem turm bisschen rum wackelt unwahrscheinlich hat das ja euch trifft weil er will ja eigentlich nur den nippel treffen und ja ist schon schwer genug den nippel zu treffen und noch wenn sich der turm ein bisschen dreht also wird es noch mal doppelt so schwer ich kassiere vom is3 der hochgefahren ist ich denke mir so what the fuck wieso bist du oben ich ziehe ihn aus er denkt ich kann nicht auf ihn schießen aber kann ich doch ich warte tschüss 630 830 damage und die arti finisht ihn auf wunderbar und ja ich und mr ganschen sind schon auf halbes leben oder weniger runtergekommen auf 500 hp der tiker 2 kämpft noch der tiker 2 denkt ja ich gehe jetzt mal voll hart ran mein kollege hat geschossen und er gibt noch ein damage und er wollte abhauen aber nein auf wiedersehen dafür 88 steht sie ich sehe gerade wie es läuft sieht einigermaßen okay aus für uns wir sind noch drei neuner die haben nur noch einen eine arti am leben also sieht doch gut aus jetzt haben wir wieder unentschieden was haben die zwei scouts haben die noch und sonst drei richtige panzer mit denen sie noch spielen können wie sind noch fünf richtige panzer die was ausrichten können weil scout kann schon was aber halt nicht wirklich viel und ja ich habe meinen kollegen gesagt bleib hinten ich fahre und versuche hier zu spotten falls es jemanden gibt weil ich habe turmpanzerung und der is3 ist halt perfekt gestorben und ich kann mich hier hinstellen und meine scheren fernrohr aktivieren und kann da besser sehen oder mehr sehen oder weiter sehen genau inzwischen zeit hunders 101 von ceturion fahren vor versuchen da die restlichen scouts zu spotten und zu töten was ihnen ja irgendwie gelingt und ich warte bis der jagdtiger oder der jagd panther 2 sich zeigt weil die sind ja schon ziemlich gefährliche burschen jagdtiger wurde gesichtet ich ziele natürlich aus ich will ihn aber natürlich auch noch treffen 814 damage wunderbar 1200 er steht noch nicht mein kollege hat ihn getroffen wunderbar 408 damage ich kann ihn natürlich töten aber ich so soll ich soll ich nicht mal sehen ich lade er noch nach ich lasse meinen kollegen und töten er hat ihn jetzt gerade gekettet ich denke mir so ok soll ich schießen nein ich schieße nicht ich sage ihn komm lass kill ihn damit du auch rein kill hast und dann tötet ihr ihn auch wie ihr seht noch gibt es den jagd panther und die zwei scouts die im leben sind und die arti man sieht auf dem minimap wo der jagd panther sein könnte in der nähe von der arti auf jeden fall und da wird er auch wohl sein er wird sie wohl verteidigen was ich nicht weiß ob es ihm was bringt da seht ihr ihn da ist er am start und ich denke mir alles klar was willst du dort und ja es bringt nichts mehr hier zu stehen wir fahren jetzt einfach vor die kollegen kämpfen da gut ich gucke mir noch mal meine beschädigungen an wo ich getroffen wurde auf jeden fall nippel und turm war nicht so schön aber immerhin wir leben noch das ist das wichtigste und ja auf jeden fall sehr viel damage haben auch gemacht was ja sehr gut für uns ist und was für mich auch sehr wichtig ist also der wichtigste punkt mit solchen panzern ja ich versuche gerade den jagd panther auszuziehen gelingt mir nicht so weil ich ihn nicht so wirklich gut sehen kann dann versuche ich gleich einen luckshot auf ihn die arti ist gerade gestorben und schaut ich gucke mal ob ich ihn treffen kann ich sehe noch nicht ich fahre weiter ich sehe nicht also ich versuche ihn da noch zu treffen fahre 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 jetzt bin ich weit genug draußen glaube ich gucke ich raus ja ich bin genug und ich mache einfach einen blindshot und 819 damage zum schluss hat mir sehr gefallen und wir haben gewonnen 3 15 9 war ein gutes spiel sehr gutes replay auch am start das ist auch vor kurzem geschehen genauso wie das nächste replay was ich euch morgen bereit habe ist nicht von mir sondern von mr gansch hin und ich bin sehr gespannt was es für eins ist ich habe es noch nicht gesehen bin gespannt was wir da gemacht hat und ja ich spoil jetzt nicht mal nicht so viel und ich verabschiede mich von euch wie immer ihr seht jetzt die ergebnisse und wir sehen uns dann heute bei einer weiteren let's play wot tier x matches wieder bis dahin ciao und und Untertitelung des ZDF, 2020